Die Liste von Birgit Kleber, portätrierten Schauspieler und Schauspielerinnen, liest sich wie das Who is Who der Filmszene. Bald ist Berlinale und passend dazu gibt es hier im Museum der Fotografie die Ausstellung Augenblicke. Augenblicke. Kurz vor der 70. Berlinale eröffnete die Ausstellung im Erdgeschoss des Museums für Fotografie. Organisiert von der Helmut-Newton-Stiftung und der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin. Birgit Kleber gelingt es immer wieder mit ihrer Fotografie was Neues zu erschaffen. Was genau bekommen wir denn zu sehen? Fotos, die ich während der gut letzten 20 Jahre bei der Berlinale gemacht habe. Wie sind die denn so entstanden? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe immer so ganz kleine 5-Minuten-Termine mit den Schauspielern oder Schauspielerinnen oder Regisseuren in irgendwelchen Hotelzimmern oder Lourdes. Und dann habe ich sie für diese kurze Zeit aber für mich alleine und versuche ein Porträt von ihnen zu machen. Jetzt haben wir ja als Ausstellungsbild Monika Bellucci. Wie kam es dazu, dass sie die Auserwählte war? Wir haben nach einem Foto gesucht, was ein bisschen verallgemeinert. Also was jetzt nicht eine Person so hundertprozentig rausstellt, sondern auch ein bisschen so für die anderen steht. Und da ist das mit den geschlossenen Augen, wir haben ja das genommen, eigentlich ganz schön von ihr. Jetzt haben Sie die so hingehangen. Es gibt Schwarz-Weiß-Bilder, es gibt Farbbilder. Weshalb diese Kombination? Ja, es ist einfach unterschiedlich. Also ich finde schon Schwarz-Weiß ganz toll und bin wahrscheinlich sehr für Schwarz-Weiß. Aber manchmal ist es einfach Farbe. Also rote Haare, ein grüner Pullover oder so wahnsinnig blaue Augen und dann noch möglichst mit roten Lippen bei Frauen zusammen, das schreit dann irgendwie nach Farbe. Ist denn irgendwas Lustiges geschehen während eines Shootings, woran Sie sich noch erinnern können? Ach, es geschehen immer. Wir stehen gerade hier davor. Es geschehen natürlich immer irgendwelche Geschichten oder Dinge. Ich muss jetzt einfach mal gucken. Also Zizi Dangaremba habe ich im letzten Jahr in einem Hotelfoyer fotografiert. Und sie saß auf einem Stuhl. Ich kniete davor und wir hatten überhaupt nicht, glaube ich, darauf geachtet, dass an der einen Seite eine Tür war und da dieser Fahrstuhl war. Also andauernd wollten Leute durchgehen und mussten halten. Hat uns aber nicht gestört. Und dass hier Ihre Ausstellung im Museum der Fotografie zu sehen ist, wie sehr erfreut es. Total. Ich bin völlig aufgeregt. Also das finde ich absolut super. Ganz toller Ort. Und also gerade hier auch Porträts zu zeigen, finde ich toll. Und der Name Augenblicke. Wie wichtig ist so ein Augenblick in Fotografie? Also der Name ist, glaube ich, bezogen auf diese Bilder ganz vieldeutig. Erstens sind fünf Minuten ja praktisch, das ist eine unglaublich kurze Zeit. Das ist tatsächlich nur ein Augenblick. Aber bei der Berlinale sind da längere Sachen nicht möglich. Und andererseits fokussiere ich auch auf die Augen. Also ich stelle darauf scharf und konzentriere mich drauf. Also insofern ist das eigentlich eine schöne Umschreibung dafür. Und jetzt ist ja jetzt bald wieder Berlinale. Werden Sie auch wieder anwesend sein? Und wen würden Sie denn noch gerne porträtieren oder fotografieren? Also ich hoffe sehr, dass ich Helen Mirren fotografieren kann. Und Alexander Kluge zum Beispiel finde ich auch ganz toll. Oder die Paula Bär, die jetzt in Bad Banks und in einem Petzold-Film und überall dabei ist. Gibt es auch Politiker, die Sie gerne mal fotografieren würden? Haben Sie schon? Das ist ja eine sehr interessante Frage. Also ich, ja, ich habe mal eine, ich habe tatsächlich mal eine Politikerin der Grünen fotografiert. Und ich habe, das ist wirklich wahr, ich habe ganz, ganz in den Anfängen einmal Monika Grütters fotografiert. Aber das ist eigentlich alles. Jedes ihrer Porträts der Berlinerin erzählt eine Geschichte. Und die Menschen erscheinen uns, obwohl sie öffentliche Persönlichkeiten sind, sehr privat für den Augenblick.